Also wenn sie das nicht wissen, dann würde ich ein Bier und so auf mir einwerken. Äh, ich mach's die ganze Zeit schon, weil die Leute keine Antwort wissen. Ich seh's, ja, ich glaub's. Schlimm. Neun Leute anwesend. Perfekt, neun User. Hallo, herzlich willkommen bei mir im Stream. Beim Stream, fuck. Hab ich ausschalten vergessen. Äh. So, für die neun User, die was hinzugekommen sind. Äh, ihr müsst mir einen Follow geben. Dann habt ihr auch, oder ihr könnt mir einen Follow geben. Dann habt ihr auch die Möglichkeit bei uns ein Gewinnspiel mitzumachen. Es gibt zu gewinnen ein DLC High Power Cargo Pack zu gewinnen. Und, äh, die Frage ist folgende. Wann ist das Skandinavien Add-on verfügbar, beziehungsweise zum Downloaden? Wann ist der Release? Ja. Wie kann ich jetzt Flabi nicht mehr hosten? Wie geht das denn? Na, ich bin auch gerade am überlegen. Na? Ich auch. Wie, du kannst mich nicht mehr hosten. Ich hoste dich, aber wie kann man einen End hosten? Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Wann finden wir die Leute? Wahrscheinlich irgendwie PC aus dem Fenster rausschmeißen oder so. Ja. Das ist kein Problem. Der tut oder. So. Ich suche mir noch eine leichtere Packer aus. Okay, aber dann darf ich, ne? Ja. Kann's ja nicht sein, hm. Du musst eingeben und posten dann den Namen. Hallo LBMU83484, oder? Ja, genau. Hallo. Ja, das hilft. Das schreibt er. Ist doch schon verschoben, kein neuer Termin herausgegeben. Soll im Winter erscheinen. Im Winter ist mir zu ungenau. Also ich habe auf jeden Fall die Tage ein Datum gelesen, das möchte ich hören. Und wie gesagt, der Z war schon sehr nah dran. So, ich suche das jetzt hier raus und schreibt, dass ich dann schneller bin als alle anderen, dann dachte ich. Ja, such es dir raus. Das ist so einfach. So, alle ist einfach. Ich habe jetzt eine Seite auf und da steht... Wie heißt das Ding? Skandinavien, der Ton. Also ich habe jetzt eine Seite auf, da steht drauf, wann es sogar offiziell verkauft wird und wann es versendet wird. Ja, aber dieser User, dieser LBMU8384, schreibt, ist doch schon verschoben, kein neuer Termin rausgegeben, soll im Winter erscheinen. Ja. Dann, dann google mal kräftig und klappe alle Seiten ab, dann wirst du es sehen. Ja. 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 Das Datum genannt, was ich wissen wollte. Herzlichen Glückwunsch. Wurde aber nie bestätigt, schreibt er. Ja, okay, aber trotzdem. Herzlichen Glückwunsch, LBMU. Ich wollte halt genau das wissen, was aktuell da stand. Aber der hat mich nicht gefollabert. Dann mach es noch. Mach das und das gehört dir. Kannst du mich gerne, halt. Hau den Follower raus und dann... Genau. Einfach ein Follower. Schnell. Ja, aber tropst dich mal liebe Grüße. Follower schnell, auf geht's. Ja, hey, hoi, hoi, hoi. Ey, ich mach dich kaputt. Aber du bist, das steht ja mittlerweile auch nichts. Ich hab jetzt 20 Seiten, du bist nicht mehr. Na klar, ich hab ja Seiten drauf. Erzähler, kein Scheiß. Aber trotzdem mal liebe Grüße von der Road Rider von GM. GmbH. Ey, neu. Ey, ich bin nicht am streamen. Ich krieg einen Follower um 3 Uhr. Äh, also auf jeden Fall hätte der dich gefollowered. Wer denn? Ja. LBMU. Ich hab keinen Follower gehört. Sorry. Der ist neu. Weil das hör ich sofort. Dann drück nochmal auf Endfollow und dann Follower nochmal. Schon bringt nichts. Klar. Achso, das hört er nicht. Dann hat er schon nie Followered. Der hat nicht. Dann muss ich ein Beweisfoto machen. Fertig. Mach ein Beweisfoto. Wie er auf Schule kaum muss machen. Nee, nee, das ist ganz einfach. Ich bleib jetzt da stehen. Und dann schau ich auf Twitch. Werde mich auf Steam, der Bonator. Dann guck ich, du kannst mir das Foto gerne zusenden. Dann seh ich, ob du gefollowered hast oder nicht. Und dann werde ich dir halt das DIT als Geschenkruhr schicken. Damit du direkt halt starten kannst. Ich schau jetzt auf Twitch nachher. Weil da kann ich ja meine User überprüfen hier. Auf jeden Fall wollte ich genau das wissen. Hat ja auch lange gedauert. Auf jeden Fall, damit ihr schon mal wisst. Wir werden auf jeden Fall öfters Gif-Aways machen. Da habe ich gerade Gewinnspiele. Damit das hier auch nicht so langweilig und auf Trab gehalten wird. Ja, und Nightbot kommt auch noch dazu. Ja. Es werden zwar jetzt nicht tonnenweise teure Spiele rausgeballert. Bei Geld scheißen können wir auch nicht. Ah ja, das geht schon. Was für eine Scheißspiele, Ragey? So, Nico. Ich habe geguckt und kein Stand-Account so nicht gepusht. Ja, das kann man nicht. Ja, weil du dann automatisch auf Offlane gehst. Eben. So wie du einen Host machst, geht du automatisch Offlane. Eben. Es gibt eine. Die haben das gewissen. Habe ich eben angesehen. Aber danke für den Tipp. Hehehe. Du brichst da. Also noch habe ich keine Einladung bekommen. Dieben Zuschauer, also rechts bei dir. Ja, wenn man halt Gewinnspiele macht, dann... Das Schöchste bei mir waren 40. Dann ruckelt er da. Oh, geht das... Also... Ja, ihr habt mich gefollowedet. Ja. Passt. Okay, dann... Ich habe mich schon geschrieben, dass ihr mich halt erinnern soll. Und noch habe ich nichts bekommen. Hat er gemacht, aber warum habe ich das dann nicht gehört? Tut mir leid. LBMU. Äh, habe ich irgendwie überhört? Du warst in dem Moment nicht da. Oder abgelenkt. Das ist, keine Ahnung. Oh, ich habe schnell, weiß schon. Alles möglich. Und die kleine Welt zeigt, nischmann. Hahahaha. Was? Was? Was zum Teufel. Oh, na, da. Ah, habe ich da eine bekommen? Was noch? Annehmen. So. Spiele, geschenkt wer. Ja, Marcel, ja. Marcel heißt er. Ja, ja. Nee, das passt schon. LBMA, das passt... Oder LBM... U? Äh, LBM, das passt. Du hast mich gefollowed, aber ich habe es nicht gehört. Keine Ahnung, warum. Nächste, jetzt ist der Brüller, weißt du, das ist so ein übelster Brüller. Jetzt kann ich hier, äh, dem das nicht schenken, weil er das schon hat. Nein, du hast es schon. Besitzbereits ETS-2-Hair-Power-Cargo. Also ich kann ihn halt nicht anklicken, ne? Um es ihm rüberzuschicken. Ja, nochmal. W-äh, warum hast du da mitgemacht, LBMU? Du hast es ja schon, oder? Oh Gott. Gleich würde er seine Frau schenken. Also ich stehe hier geschenkt, direkt über sie verschicken und dann ist da halt grau markiert, damit man das hier nicht rüber schicken kann. Ich habe zwei mal. Jetzt steht die Besitzbereitung, okay? Ja, okay, dann, dann, äh, das geht ja bestimmt irgendwie über E-Mail oder so, geht das? Ja, ja. Ja, also, dann tauscht sie ja zwei die E-Mails aus. Und ich übernehme die Postkarte, ja. Oh, das tue ich jetzt fail, ne? Ein bisschen. Ja, ja. Ich denke, ich denke, ich schicke alles runter, auf einmal denke ich, warum kann ich denn nicht draufklicken? Ja, und dann läd ich den Text, der berit im Besitz bereits. Oh, na, okay. Ich muss was neu starten. Ja, dann können wir ja auch LBMU fragen, für was ist es eigentlich, äh, jetzt, äh? Ich denke, man hat vielleicht einen Teamkollege oder so von denen, was noch nicht. Weil der ist ja in so einer Firma halt, ne? Ja, 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 hat er geschrieben, ja. In der, äh, wo ist es? Das ist, äh, Road Rider, äh, von GmbH oder von GmbH. So, warte, ich schreibe ihn einfach mal an. Ah, dankeschön LBMU, dankeschön für Happy Birthday. So, warte, ich schreibe ihn einfach mal an. So, warte, ich schreibe ihn einfach mal an. Scheiße, ich flieg durch die Luft. Hä, wo? Ich bin durch die Luft gefloben. I believe I can fly I believe I can fly Scheiss Verdammt für blöde Scheiss Ich hab's halt den Leitplan Na natürlich jetzt Tschau So dann Hast du Kent gesagt? Nein Klar Kent Kent heißt kann nicht Ich muss jetzt direkt mal vorgehen Was denn? Kent heißt kipp Hahaha Kannst du was ist? Bastisch Bastisch Okay Okay So Vorne Aberbosch Ja Ey Brunato ich weiß das zu schätzen Hahaha Was? Ich weiß das zu schätzen Was denn? Ja das du so einen Stress hast Scheiss drauf Scheiss drauf Mach ich nicht Sonst ist der Stuhl voll Hahaha Hahaha Ahja So Ja 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 Ich hab' ich Ich hab' ich Ich hab' ich Ich hab' ich Was verschickt Bazinga Hahaha Jawohl Steam also Weißt du was? Steam ey ich geh' gleich offline Ich hab' keinen Bock mehr auf Steam Okay Entschuldigung Ey wenn das das nicht geht Also ich glaub' ich drehe am Rad Warum was geht nicht? Ja jetzt geht's mit der Garage ausbauen Was ist denn das zum Teufel? Ja schau her, weil ich jetzt gesprochen hab' der Master of Disaster Hahaha Dann melde ich mich erstmal hier auf der Roadrunner BMW Es geht Ey das 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 regnet die ohne mich